Lohnt sich eigentlich eine Cyberversicherung? Diese Frage stellen sich im Moment sehr viele Firmen und sie kann nicht einfach mit Ja oder Nein beantwortet werden. Grüezi miteinander, ich bin Marco Yon und leite bei Funk Niederlassung in St. Gallen. Die Verunsicherung ist im Moment sehr gross aufgrund der vielen Cybervorfälle aus den Medien oder wenn jemand selbst davon betroffen wurde. Darum wird heute sehr viel Geld in die IT-Sicherheit, aber auch in die Sensibilisierung der Mitarbeiter investiert. Und das ist gut so. Aber eben, 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Und darum wollen viele Unternehmen heute wissen, was für einen finanziellen Schaden sie davon tragen könnten, falls sie von einem Vorfall betroffen sind. Und genau da setzt die entscheidende Frage ein. Nämlich, wie sieht in unserem Unternehmen ein Worst-Case-Szenario aus? Was für eine finanzielle Auswirkung hätte zum Beispiel einen Betriebsstillstand von mehreren Tagen oder Wochen? Wie würzt sich ein Diebstahl von Daten oder sensiblen Kundeninformationen oder könnte allenfalls auch einen Reputationsverlust drohen? Wir bei Funk haben uns darauf spezialisiert, mit einem digitalen Tool und einem intensiven Austausch mit ihrem Management genau das herauszufinden. Erst jetzt, wo Transparenz über mögliche Szenarien und Schadenpotenzial besteht, kann abgewogen werden, in welchem Verhältnis Restrisiko zum Versicherungsschutz und entsprechenden Versicherungsprämien steht. Wenn Sie mehr über das Thema erfahren möchten, dann nehmen Sie Kontakt mit mir auf. Mein Name ist Marco Jon und ich leite Funk in St. Gallen. 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 Ich leite Funk in St. Gallen.